Hey, Ludwig. Ja? Was sagst du denn eigentlich da so zu dem ganzen Video geschneiden? Macht dir das eigentlich an Spaß? Ey, ich sag dir, das ist vollkommener Bullshit, wirklich. Ich weiß nicht, hocke ich da den ganzen Tag da. Genau so ist es eben. Was nix mit mir anzufangen muss, den ganzen Quatsch da zusammenschneiden und, oh ja, wie soll ich mich ausdrücken? Es ist unglaublich nervig. Ja, aber ist doch schon irgendwie lustig, oder? Das ganze Geschneide da und jetzt so. Hast du mich schon mal neben mir gesehen? Ja, naja, vielleicht wenn ich bis zoffen war oder so. Ja, das kommt es gelegentlich mal vor und da sieht man sich halt schon mal zweimal. Ja, kann man halt nix machen, ne? Und was machst du sonst so? Wenn du mal K-Videos machst. Boah, das würde mich auch interessieren. Man könnte ja mal nicht stimmen. Ja, mit diesen affigen Kopfhörern Musik hören, ne? Ey, fall mir noch ins Wort, oder was? Also, Servus. Servus, ne? Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Danke. Danke.